Ugo, hast du immer noch so Probleme mit Durchfall? Das ist ja nicht so schlimm. Ich schon. Heute Morgen. Warum? Ich habe gestern die ganze Zeit Chips gegessen abends. Im Stream. Aber so scharfe Chips. Und man sollte ja nachts nicht schlafen. Herr Taxifahrer, dem man im roten T-Shirt wollte dich mit mehreren elfjährigen Mädchen treffen. Ugo, du bist so ein dummer Wegfahrer. Wenn du mein Sohn im roten T-Shirt ein 10-jähriges Mädchen ist, ist das doch prima. Oh shit, das ist so ein Rap-Battle hier. Das ist so ein Battle. Ey, ich kann das alles nicht mehr. Ich fahre nie wieder Taxi mit dem Ugo. Ich bin raus, bitte. Jetzt hast du irgendwas mit Phobos eingestellt. Ey, ich kann das alles nicht mehr. Ich will einfach nur was essen, Mann. Ich will einfach nur was essen und ein Zäpfchen nicht mehr durchwalten. Ich weiß nicht mehr.